so hallo wir machen weiter bei ori and the will of the wisps jetzt sind wir ein bisschen schlauer hier unterwegs hier geht's richtung bauers spitze ich will fass mal kurz zusammen wir haben letztes mal erstmal sind wir ein bisschen hier unten rum geirrt haben ein bisschen gesucht wo es weitergeht dann haben wir rausgefunden hier geht zwei da da geht's hoch da bin ich bin ich nicht hochgegangen zuerst haben dann hier ein paar tausch geschäfte gemacht haben gesehen dass der doppelsprung 2200 geister licht kostet es ist ganz viele kreaturen und ja so geht es jetzt hier stück für stück immer weiter ja ja so ist das da ist noch ein erz wir haben auch mit erz angefangen zu handeln und jetzt gehen wir kurz hier lang weil ich schätze bauers spitze wird mich nicht allzu weit lassen deswegen gucken wir mal wie weit es da geht dann können wir schon ein bisschen aufdecken aber in irgendeinem punkt wird hier gleich schluss sein ja das ist dann wohl der punkt oh mein gott ist der riesig den kann ich auch nicht angreifen also das ist kein gegner gut aber wie gesagt ich habe gesagt hier wird es nicht weitergehen oh ich habe ich gar nicht gesehen hallo gehst du zu dem kalten ort ich gehe dort immer um ein paar spitzbären zu sammeln zumindest hatte ich das vor dass ein großer bär in meinem weg erschläft grashalm zu kützeln aber das hat nicht geklappt vielleicht war der grashalm nicht groß genug vielleicht bin ich nicht groß genug okay hast du noch mehr zu reden der bär wird einfach nicht wach ich vielleicht versähe ich noch mal ihn zu kützeln wenn ich etwas größeres als ein grashalm finde okay verstanden also hier kommen wir weit wenn wir etwas größeres als einen grashalm finden oder kann ich ihn nicht einfach mit meinem schwert kitzeln ich meine i don't know jetzt wo ich mit dem gesprochen habe vielleicht aber ich kann halt hier auch gar nicht nee ich kann hier nichts an nichts einsetzen darf ich einen pfeil ihm ins gesicht schießen nee nichts darf ich hier machen okay ja gut egal wie gesagt ich schätze dass das irgendwann halt eine eine quest im sinne ist von da geht es dann weiter aktuell geht es da halt noch nicht weiter okay ich würde auch jetzt erstmal unten weiter gehen weil wir wollen ja hier hin ich schätze dass wir da hinkommen auf die art und weise aua oh shit das war eine schlechte idee okay hier geht es noch nicht weiter ja das war es dann dazu okay wir gehen also oben lang verstanden wir gehen also Richtung Lumas sehen ja okay da komme ich auch nicht hoch okay mit den dingern wird es irgendwas ich weiß nicht die sind so aus wie man sich daran hangeln könnte oder so keine ahnung äh darf ich da rüber sollen wir es ausprobieren naja mehr als sterben können wir nicht okay hat funktioniert oh oh was passiert jetzt wir erinnern uns an diesen ort Wasser aus den Lumas sehen fließt hier durch und füllt den Sumpf mit Leben oder zumindest floss es hier durch vor dem Verfall bevor die Mühle stillstand na dann kommt jetzt gleich okay da ist einer oh was ist denn hier der Brunnenquell okay alles klar wir sind also hier ja lol wir sind da ja hier bin ich das ist das wo wir hinwollten und jetzt geht es hier hoch weiter okay ei 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 nein und an die blauen kann ich mich irgendwie nicht ranhängen das ist ganz komisch aber gut ist in Ordnung so wir gehen das mal unten lang weil da oben ist aber der über mir ist ein Haus oder was okay wir gehen das mal kurz hier lang das sieht sie gutartig aus ja oh das musste ich machen oder was ach lol das habe ich gar nicht gecheckt okay cool da habe ich was richtig gemacht und habe es gar nicht gewusst interesting oh das ist nicht so gut jetzt gollig erz ne fragment einer energiezelle auch in Ordnung auch das nehme ich sehr gerne mit scheiße habe ich das jetzt habe ich jetzt das fragment oder nicht ich gehe nochmal rüber ah ne habe es noch nicht okay jetzt habe ich es okay das ist voll cool gemacht na oh mein Gott ist das cool gemacht oh shit okay hier komme ich wieder raus ist da unten jetzt noch was ist die Frage was sieht eigentlich okay aus naja sieht okay aus ah und hier ist das Toren das der gegangen ist okay hier kann ich nichts tun ja da gehen wir gleich rein erst gehen wir hier rein erst gehen wir hier rein sehr schön oh jetzt bin ich wieder unten oder wo ich schon mal war also gerade eben ja scheiße genau das ist hier direkt drunter ja ja ok äh äh ok wir gucken mal kurz noch wie weit es hier nach links geht ja so weit aber das geht noch kaputt genau oh da oben das ist jetzt aber Gorlegerd oder aber da komme ich noch nicht hieran vielleicht von der anderen Seite jikes ja sieht sieht soweit gut aus als ob man da hin könnte ja doch sieht sieht okay aus sieht sehr okay aus nice oh das krieg ich nicht auf oder was ah ist jetzt sehr ärgerlich vielleicht mit nem Schalter ja da ist mein Schalter äh ja perfekt geht es auf Zeit geht es auf Zeit nein gut so jedes Geld zählt aber wir haben auch schon wieder genug Geld zusammen um das Upgrade für die für die Geldbörse zu kaufen ich nenne es jetzt mal Geldbörse ich weiß dass es keine ist aber ihr wisst was ich meine gib mir Gorlegerds oh das ist ein Geistersplitter damit lassen Feinde mehr Lebensgulen fallen okay ja das brauchen wir jetzt erstmal nicht es sieht alles so gleich aus ich dachte es ist Gorlegerd das ist auch in Ordnung okay so dann bleibt jetzt aber nur noch der Weg hier rein okay Abflug und zwar war die Entfernung gewaltig oh Story oh die kommen zu uns die machen sich auf den Weg ah ne nur sie okay ah ne doch beide doch die Familie ließ sich nicht trennen oha okay das ist jetzt wohl sowas wie das erste richtige Level so wie damals der Baum so fühlt es sich zumindest an gerade jetzt sind wir wahrscheinlich ja oh ja okay schlechte Idee jetzt hoffe ich nur das ist nicht so wie der Baum damals dass man nur einmal da durch kann nämlich und wenn man was verpasst hat hat man Pech gehabt das war nämlich ärgerlich oha die drehen sich jetzt richtig schnell äh okay also ist gut dass die sich schnell drehen ich bleib erst mal unten okay da geht's nicht weiter dann erst mal die andere Richtung unten oh shit ich muss mehr auf meine Energie achten nein hier rüber wieder genau so hier war der Eingang und hier geht's nach drüben auch noch irgendwo hin ah das äh ja hat sich erledigt okay ich kann nur da da gut ah fast jawoll okay aber jetzt möchte ich nein ja da ran genau genau okay hier komm ich nicht hoch aber ich kann hier weiter oh damn da ist wieder so ein Leuchtding das will ich haben also geisterlicht halt oh viel besser Dorn füge Feinden die Ori treffen ah okay das ist so ein du triffst mich ich treff dich Ding das ist gar nicht mal so bad oh shit okay da komm ich gar nicht rüber ah da ist wieder okay aber dann muss ich jetzt sagen ich hab ja hier dieses Ding dann komm ich auf jeden Fall wieder rein weil ich hab die Fähigkeit noch nicht dieses Teil da oben zu benutzen okay 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 das ist doch schon beruhigend dann geht's jetzt nur hier weiter aktuell ah da ist das nächste jetzt drehen sich die Dinger okay alles klar und wenn wir hier alles drehen geht wahrscheinlich das Wasser wird das Wasser wieder sauber so würde ich das jetzt mal vermuten ach ich kann hier rüben da kann ich ran okay erst mal hier rein okay geht nicht schade dann hier rüber ich will da da ist das will ich haben komm ich aber noch nicht ran okay da oben Pfeil und Bogen Halt falsche Taste kann ich von hier aus schießen ja sehr gut tschüss so das hat jetzt dieses Ding befreit mein Herz falsche Taste nein er ist da tschüss yo oh ah nee das ist mit das geht mit nem Schalter wieder auf oh ja oder damit scheiße scheiße ja das hat gut funktioniert okay aber er ist größer als er aussieht äh andersrum er ist schwächer als er aussieht ja der hält nix aus das ist okay nice gib mir das so mehr Gorlik erz für uns okay cool cool hier oben ist nix weiter da ist auch nix weiter okay das dreht sich noch nicht aber sicherlich bald ja jetzt dreht sich's jetzt drehen sich erstmal die okay auch in Ordnung ich mag das dass man das auch sieht wie die verbunden sind miteinander das sind ja so so Pfeile äh Pfeile Seile das ist sehr cool gemacht dass man das sieht was die wirklich dann anfangen zu drehen dass das nicht einfach so unbedacht ist na seht ihr das wie die Seile dahin gehen das ist voll cool scheiße wie oft willst du in dem Spiel sterben ja Bruder wo kommst du denn her mach dich mal weg Bruder hier ist jetzt ein Ausgang oder was aber der ist noch nicht offen okay dann komm ich da oben wahrscheinlich raus er schafft Zeiten so ich jetzt okay okay ja 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 okay okay hier käme ich jetzt nur wieder raus wenn ich mit diesen Dingen interagieren kann möchte ich mal kurz erwähnen also vielleicht lerne ich das jetzt gleich das wäre sehr praktisch da ist der Baum bring mir das bei bitte danke was sind diese blauen Dinger was kann ich da jetzt anders Wurfhagen in der Nähe von Hagen oder blauem Moos um dich zu ihnen zu ziehen okay cool L okay das ist das gleiche wie beim stoßen okay das sind jetzt auch gleichzeitig diese Dinger erst mal hier holen jawoll dann gibt mir das danke da ist doch auch noch was ne schade aber an dem Ding selber kann ich jetzt nix tun ich meine ich sehe den nächsten da oben aber da komme ich ja noch nicht ran okay doch oh die Reichweite ist enorm okay krass okay jetzt kann ich mit den blauen Dingern interagieren und mit blauem Moos okay das ist jetzt jetzt kann ich sehr viel auf der Overworld nachholen theoretisch was wir vorher noch nicht oh mein Gott was wir vorher noch nicht konnten jetzt geht es hier nämlich auf okay uff wofür ist dieses Ding jetzt hier oben weiß ich nicht okay haben wir jetzt hier in dem Ding selbst noch was zu tun ja hier geht es noch hoch oh es geht hier sowieso noch viel höher dann könnten wir ja erstmal rausgehen und gucken jo weil jetzt sind wir nämlich ach so was ist denn das da oben das ist ne Energie Dings ach jetzt sind wir hier okay das wird immer interessanter das wird immer interessanter okay talk to me der Brunnenquell taucht nicht zum Wandern bei dem ganzen rumgekreist wird mir ganz schummrig hätte ich das letzte Mal nicht meinen Kompass verloren wäre ich jetzt auch gar nicht hier kannst du mir helfen zu suchen ich meine ich hätte in jedem Setz dieser Tür da vorne verloren okay wir suchen deinen Kompass da drin irgendwo ja okay wir gehen aber erstmal hier rüber ähm bin ich jetzt wieder unten oder wo bin ich jetzt hier waren wir schon ne ja hier waren wir schon genau das war dieses Ding ach so jetzt habe ich ah jetzt habe ich den Weg nach oben wahrscheinlich mit gebaut okay 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 ja jetzt komme ich da ich verstehe ja jetzt komme ich da jederzeit hoch hier war nix weiter ne okay gut oha das ist voll mächtig die fähig gleich ah von hier aus ging es auch okay yo das ist wirklich voll mächtig ach ich komme ja auch noch gar nicht rum ich muss wieder runter Gott was tue ich denn hier ah jetzt kann ich mich hier hochrangeln und dann aua aber ich kann auch erstmal da rüber nein ja war klar okay wir starten hier so ah ah kombination okay hier hoch kann ich jetzt so geht es auch ganz gut komme ich da rüber ja oh mein gott nein ach komm schon ach komm schon jetzt komme ich da nicht mehr hin bitte geht doch geil oh ha was denn hier alles los oh das war knapp oh das war knapp nice oh hier wäre wieder okay aber gollig erz ist geil sehr schön und hier wäre wieder so ein rennen der der startpunkt von dem rennen wäre hier ah da ja das fühlt sich hier auch wie eine rennstrecke an tatsächlich ja 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 ich hab's ich hab's befürchtet ich hab's befürchtet dass es nicht gut geht hab ich das gollig erz jetzt da oben ja ne ja habe ich okay wait das geht noch höher ach da drüben geht's höher ja das hat so nämlich ok es sieht schon alles sehr cool aus ok da wird es nochmal gollig erz ja let's go so geil sehr schön das ist Nummer 5 gewesen komm ich irgendwie rein? ne ne ok aber wisst ihr was wir jetzt machen ähm ähm das war nicht was wir jetzt machen wollten aber ist okay ah hier kann ich jetzt auch hoch machen wir später ja es könnte jetzt schief gehen ich bin auch sowieso falsch gelaufen ich muss noch eins weiter runter genau hier runter hier runter nein nein äh hallo so her damit wir upgraden wir upgraden jetzt nämlich gleich mal erstmal unser Geld unsere Geldfähigkeit und geben die 5 erz aus war das hier? ne hier war es nicht das war da unten der Typ ja hier war er let's go ne das war es nicht das will ich leveln das will ich leveln ich will leveln hallo veredeln let's go wo ist das Geld äh da lichternte zack und die nächste sind 750 kriegen wir auch gleich zusammen ich mach das erst voll dann kriegen wir so viel Geld wie wie noch nie zuvor und dann ist alles cool so und jetzt mach uns die Dornen weg ah ich let's go so so oh was ist denn hier? Däch über Köpfe auf dem großen Baum am Feuer ja ok machen wir wann anders jetzt gibt es erstmal die Dornen weg zack ok let's go ah das ist jetzt hier ok hat er mich grad gehauen? frech lebt wohl Dorn die Richtung wird von Tag zu Tag schöner ok hier ist auch ein Vergnügen so wo war denn das jetzt? also wo hat er denn jetzt die Dinger weggemacht? ich hab keinen Überblick ich hab überhaupt keinen Überblick wo hat er das jetzt weggemacht? hier 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 hat er es weggemacht da da die Dornen hier sind weg ok hier oben ist ein Grolligerst da sollten wir jetzt rankommen hoffe ich da sollten wir jetzt auch rankommen wir probieren jetzt erstmal kurz hier ein bisschen rum zu wurschteln du hast nur mir was zu sagen nee ne? ja ja ist hier irgendwo so ein blaues Ding? äh kein blaues Ding Ja, dann komme ich da auch nicht weiter. Ja, okay. Dann nicht. Dann gehen wir erstmal kurz da runter, wo die Dornen waren. Ich würde sagen, das machen wir in dem Part noch und dann hören wir auf. Hier komme ich ja auch nicht hoch. Da käme ich mit einem Dreifachsprung hin. Ja. Also, Dreifachsprung und dann geht es da oben weiter. So, hier sind jetzt die Dornen weg, genau. Okay, was gibt es hier für uns zu holen? Ach, ein Toki gibt es hier erstmal. Äh, ein Moki. Bist du ein Geist, ein hilfreicher Geist? Ich habe ein Problem. Sag bitte, du brauchst eine Tasche. Meine Eichel ist durch ein Loch gefallen. Sie war ein Geschenk von einer besonderen Moki. Ich würde sie erholen, aber das Loch ist zu klein, sehr dunkel. Vielleicht könnte jemand mit Werkzeugen es vergrößern. Okay, du brauchst Werkzeuge. Du brauchst keine Tasche. Schade. Aber was ist in der Richtung? Nix. Ist das alles nur für eine weitere Quest, die ich noch nicht machen kann? Schade. Das ist enttäuschend. Na gut. Und. Ein Minenarbeiter. Ist da drüben noch was vielleicht zumindest? Ja, okay, immerhin ein kleines, ein kleines Trostpflasterchen. Na gut, okay. Also er braucht eine Minenarbeiter oder Werkzeug oder irgend sowas. Ist in Ordnung. Was war hier unten? Ach, da war nix weiter. Das haben wir schon gehabt, ne? Ja, ja, das hatten wir schon. Na gut. Na gut. Kann ich hier jetzt noch irgendwo was anderes machen? Oder nur wieder zurück? Ich kann wohl erst mal nur wieder zurück. Na gut. Aber hier kann ich doch jetzt hoch, oder? Jawoll. Ach, da war ich schon drin. Scheiße. Schade Schokolade. Das haben wir auch schon gemacht. Aber hier kann ich jetzt weiter. Aha. Gib mir das. Sehr schön. Mehr Erz. Jetzt wissen wir ja, wofür es gut ist. Jetzt ist jedes Erz noch sinnvoller als davor. Und was wir jetzt finden, müssen wir später nicht nochmal suchen. Halt, da drüben ging es nicht weiter. Okay, dann sind wir wieder hier. Da oben ist der Bär. Mich interessieren nur kurz die Viecher. So. Prima. Energie. Und wieder rüber. Gott. Wunderbar. Ja, aber jetzt geht es nämlich hier aber noch hoch. Oha. Was eine Reichweite. Ja, hier oben waren wir nämlich noch nicht. Nur mal so als Beispiel. Und da oben war, glaube ich, genau ein Schrein. Richtig. Ah, und der leuchtet noch nicht. Deswegen haben wir den auch noch nicht gemacht. Da ist meine Antwort von vorhin, wo ich mich noch gefragt habe. hatte. Woran sehe ich eigentlich, was ich gemacht habe und was nicht. Okay. Scheiße. Jetzt war ich zu langsam. Okay. Da oben kann ich noch irgendwo hin. Ah, ich bin zu schlecht dafür. vielleicht erst mal ein Dreifachsprung, aber ich probiere es noch einmal. Nein. Es könnte gehen. Ich bin mir nicht sicher. Ah, es sieht schlecht aus. Okay, wir machen den Schrein. So, aber da es jetzt ein Kampfschrein ist. Ähm, falsch. Falsch. Das ist die Waffe. Äh, die Taste. Da es ein Kampfschrein ist. Magnet ist jetzt nicht so sinnvoll. Das brauchen wir. Das brauchen wir. Das auch. Ja. Das ist nicht so sinnvoll. Dann können wir nämlich stattdessen zum Beispiel das hier reinnehmen. Und den Dorn. Wo ist der Dorn? Oh, und fliegen die Gegner vielleicht mehr schaden. Ist vielleicht auch nicht verkehrt. Wir werden bestimmt Fluggegner bekommen. Let's go. Ja, da ist ja schon einer. Wo droppen die überhaupt irgendwas? Wenn die nämlich nix droppen, dann brauche ich das gar nicht ausrüsten. Ich glaube, die droppen gar nichts. So, aber wenn die nix droppen, dann kann der Quatsch raus und dann kann der Quatsch raus. Dann ist das fürs Kämpfen irrelevant. Dann nehmen wir den rein. Und den rein. Hier, warte. Wir heilen uns mal kurz. Das ist jetzt gerade echt sinnvoll. Sehr schön. Ja, komm, mach mal an das. Ah, scheiße. Ja, dann machen wir es doch so. Weg mit dir. Sehr schön. Und wenn wir das geschafft haben, kriegen wir doch wieder einen neuen Platz, na? Was ja sehr, sehr gut ist. Das war doch hier die Belohnung, wenn ich mich richtig entsinne. Nice. Vorsicht, heilen. Oh, ich... Scheiße. Haben die mich erwischt? Ach, Mist. Hab ich nicht aufgepasst, ich trottel. Mach dich weg. So, und jetzt hab ich hier wieder gut Möglichkeit, mich zu heilen. Zack. Oh. Stimmt, ich kann mich ja hier ranhängen. Ach, scheiße. So weit hab ich vorhin gar nicht gedacht. So, weg mit dir. Weg mit dir. Ich konnte mir vorhin so viel Schaden plötzlich passieren. Ich versteh das gar nicht. Das sind doch kaum Richter. Noch Gegner hier gewesen. Haben die so viel Schaden angerichtet. Ach, Mist. Oh, da ist der nämlich schon down. Dann ist doch nur noch der gewesen. Habe ich irgendwie einfach nicht aufgepasst. Jetzt ist doch schon kaum noch einer da. Alter, ich mach den gleich mit Pfeil und Bogen, ey. Oder so. Oh, ich... Dummes Vieh, ey. So, weg mit dir. Easy. Sehr schön. Ein Splitter mehr. Prima. Okay. Gut. Dorn wieder raus. Vitalität raus. Geld rein. Geld, hab ich gesagt, rein. Dann Magnet rein. Und jetzt können wir eins... Ach so, ja, klebrig. Genau, das ist doch ganz gut so. Okay. Prima. So. Dann waren wir jetzt auch hier oben. Kurzer Blick auf die Karte. Das sieht gut aus. Hier geht's auch nicht weiter. Da geht's zum Bär. Das bringt uns noch nix. Ja, und jetzt wären wir wieder im Hauptgebiet. Wo es natürlich noch weiter geht. Logischerweise. Das ist klar, dass hier noch ganz viel Zeug ist. Ei, ei, ei. Okay. Hoppala. So rum. Gut. Wo bin ich jetzt? Auf welcher Höhe? Ja, passt. Kann ich da rüber? Ja, nicht so ganz. Oh, scheiße. Uh. Das war kritisch. Na. Okay, dann kann ich halt hier... Ach, da hoch. So rum geht der Weg. Okay, alles klar. Und hier ist jetzt das Ding zum Kompass. Ja, ja, hier ist jetzt der Weg zum Kompass. Okay, gehen wir rein. Und jetzt bin ich kartentechnisch. Wo bin ich jetzt? Ah, jetzt bin ich da oben. Alter, die, die, die Wege, ne? So von hier nach hier. Okay. Kann man mal machen. Oh Gott, wie mir dieses Viech auf den Senkel geht. So, weg mit dir. Oh, shit. Das sehe ich ja jetzt erst. Okay, das geht mit einem Schalter auf. Scheiße. Das sieht nach einem Kampfraum aus. Okay, scheiße. Ja, let's go. Jo. Ihr seht nur gefährlich aus. Ihr seid zwar nicht. Bam. 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 Wir kriegen so schnell Geld jetzt durch die Viecher. Das ist voll gut. Ja, perfekt. Also die Investition. Es ist immer die beste Investition, erst mal die Sachen zu machen, die einem mehr Kohle geben. Oha. Hi. Was wird bei Lamerin diese Mühle doch ist. Aber jetzt ist nicht die Zeit zu trütteln. Der Weg ist weit. Ich will an Gewissen gelangen und du musst deine Mühle reparieren. An Wissen. Und eine Freundin finden, wenn ich recht höre. Viel Glück, keine Zeit zu verschwenden. Okay. Wir arbeiten dran, ne? Wir arbeiten dran. Jetzt dreht sich das ganze Ding hier. Okay. Oh, jetzt geht der Tor. Der Tor. Das Tor hier auf. Aber wir müssen mal aufhören mit dem Part. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich glaube, einen schaffe ich noch. Mal gucken. Ich hoffe. Äh. Ja. Und Tschüss.